Wirklich liebenswerte Jungs, die alle hart dafür arbeiten. Tommy Prösewitz. Ursprünglich kam er aus Hannover. Viele Jahre mit Lars Hansen trainiert. Ich muss einfach sagen, Lars Hansen hat bei ihm, denke ich, analog zu seinem Bruder, zu Viktor Prösewitz, da halt wirklich die Grundlage für alles weitere gelegt. Dann hat er im Einzelvoltigieren mit Irina Lenkheit weitergearbeitet, studiert jetzt in Köln an der Sporthochschule, ist auch nach Köln gezogen. Da bot es sich natürlich an, nicht nur im erfolgreichen Team Norka einen Platz sich so zu ergattern, sondern halt auch seine Einzelvoltigier-Karriere hier fortzusetzen. Mit Danny Boy, OLD und Patrick Lohse an der Longe sind wir jetzt zu Gast durch Tommy Prösewitz bei der Truman Show. Er weiß, wie es sich anfühlt, er hat das CHIU schon mal gewinnen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da ist er, der Flickflack und gestanden auf dem Pferd. Wahnsinn, rückwärts Flickflack auf dem Pferd. Aus dem Seitwärtsstehen, den Abgang gesprungen, ich wüsste jetzt gar nicht, wie nennt man den. Ein freies Seitwärtswaldberat, überhaupt gesprungen. Ich muss ihn später mal fragen. Tommy Prösewitz, alles riskiert mit dieser Führer. Und es ist so, wie ich Ihnen gesagt habe, die drei Jungs, die sind überhaupt nicht zu vergleichen. Yannis Trevel, Yannick Heiland und Tommy Prösewitz. Die haben so ihren eigenen Stil, die haben ihre eigene Priorität im Turnen mit dem Pferd. Mit der Themenauswahl, das ist halt wirklich das Tolle, die sind einzigartig. Patty Lohser, Anderlong, so der weiß, wie es geht. Auch als Einzelwolkegirer, er vor acht Jahren Weltmeister bei den Weltreiterspielen in Pentaki. Er kann denen so viel auch noch mitgeben. Und jetzt, ich könnte es nicht sagen, es ist nicht zu vergleichen, das Voltigieren von Yannick mit der, das müssen wir uns merken. 8,168, das ist die Gesamtnote von Yannick Heiland. Ein Notbetrug für Thomas Prösewitz. Es wird zweifelsohne die Pferdenote das Zünglein an der Waage sein. Vielleicht konnte man ein bisschen mehr abziehen, weil die Landung nach dem Flickflack, ich meine, er springt ein Pferden, ein Flickflack rückwärts. Da steht sie, Alexandra Knauf, Thomas Prösewitz und Patrick Lohser. Ja, damit fühlt er sich auch rehabilitiert. Er hat sich so geärgert nach dem Patzer, was da passiert ist in der Klümpür. Schauen wir auf, das ist die technische Note, 9,199, das ist die Note. Aber das Outfit stimmt auch total. Die technische Note zählt, was in der Eige 4, 8,1. Ich sage, er hat sie. Und bei der Eige 4, bei der 2. ergibt es eine 9,5 der Einleitung. Knapp hinter Yannick Heiland, der hatte bei der Richterin 9,6 im Technikprogramm. Und das bedeutet, der Sieg. Auch ein Tausendstel besser als sein Patelanz. Und damit auch in der Gesamtwertung 8,2 und 2,3. Das ist genau das, was ich Ihnen sage. Die sind so unterschiedlich. Und da ist er, und da lässt er sich feiern. Auch er, der hatte in der Saison eine Saison mit Höhen und Tiefen. Und das muss auch ein Sportler erstmal wegstecken und das Umfeld wegstecken. Und deswegen ist die Freude umso größer. Er kennt es. Er hat hier schon mal gewonnen mit Irina Lenkheit zusammen. Aber jeder Sieg, das ist was komplett Neues. Herzlichen Glückwunsch auch an ihn. Und dann muss man sagen, dass CHION8